Hey, David, wie haben wir uns eigentlich damals kennengelernt? Solltest du diese Linie übertreten, dann reiß ich dir die Eier aus. Okay, ich hab dich ja gewarnt. Oh, mein Kopf! Was ist passiert? Ein Brief und eine Karte. Paro, besser bekannt unter dem Namen Captain Dave. Hiermit tun wir Kund, dass ihr verurteilt wurdet wegen eurer vorsätzlichen Begehung von Straftaten gegen die Krone. Wie lange ich schon auf diese Gelegenheit gewartet habe, die sind mir schon von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen. Zing! Beziehungszehn Knochen-PC